Ich bin Newton Tammerklub, spiele in der U15 im SV Sandhausen und ich bin 14 Jahre alt. Mein Ex-Vereiner war die TSG Hoffenheim, BFV-Stief-Team und TSG Seckenheim. Meine persönlichen Ziele ist klar, mich weiterzuentwickeln und Profi zu werden. Meine Ziele mit der Mannschaft ist klar der Aufstieg und in der Tabelle gut aussehen. Und mein Lieblingsverein ist der FC Bayern und Liverpool.